Chromatic Abrasion Effekt Ich weiß nicht was das ist Das ist, ähm, das ist die Dingens, das ist die... Ah, wie heißt es jetzt am einfachsten zu erklären? Das sind die Farbab... Ab... Ja, es sind so gesehen Ich glaube, das ist... Also ich weiß gar nicht, wie der deutsche Name ist